Moin, lang ist es her, seit dem letzten Video, fast vier Monate glaube ich an dem heutigen Tag, wo das letzte Video rauskam. Und in diesem Video wollte ich euch einfach mal erklären, woran das Ganze liegt, wie es auf diesem Kanal weitergeht und alles weitere. Das werden wir in diesem Video zusammenfassen. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit den Gründen, warum es überhaupt anders aussieht. Vorher hatte ich ja dieses andere Setup, wo hinter mir mein Logo und so war. Aber das hat sich jetzt aber ein bisschen geändert, weil wir nämlich in einem Monat den Umzug haben und dann nach Dresden umziehen und halt deswegen das Ganze hier schon etwas aufgeräumter ist und es einfach leichter ist als in dem anderen Setup. Und deshalb sieht es halt so aus, wird aber halt wie gesagt dann in einem Monat, wenn wir umgezogen sind, das alles fertig ist, was dann ja auch noch ein bisschen dauert, dann wird es wieder etwas anders aussehen. Und das neue Setup wird wahrscheinlich richtig, richtig nice, da habe ich schon ganz gut was geplant, wird auf jeden Fall sehr, sehr sick. Ansonsten natürlich ist das natürlich nicht der Hauptgrund, weshalb es keine Videos gab, denn der Hauptgrund, weshalb ich irgendwann aufgehört habe, Videos zu machen, ist einfach, weil es extrem viel Arbeit war. Ich meine, ich saß da eigentlich jeden Tag zwei, drei Stunden an einem Video dran und das halt wirklich sieben Tage die Woche. Also hatte ich im Prinzip nicht mal ein Wochenende und dann hatten wir halt doch mal einen Tag, wo man nicht ganz viel konnte und dann hatten wir uns halt auch das eine oder andere Mal dann Dresden eine Wohnung angeschaut. Dann konnte ich an einem Wochenende auch sowieso nichts machen und deshalb war das dann halt an irgendeinem Punkt, wo ich dann einfach einen Tag dann erstmal kein Video machen konnte. Und dann läppert sich das Ganze natürlich so zusammen, weil man dann natürlich ein bisschen aus dem Flow rauskommt. Und ich habe das eigentlich immer so geschafft, dass ich wirklich daily die Videos gemacht habe und dadurch konnte ich es eigentlich auch durchgehend machen. Ansonsten ist es aber relativ schwierig, da in diesem Flow drin zu bleiben. Deshalb war es halt relativ schwierig. Außerdem war ich dann halt ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr ganz so zufrieden mit den eigenen Videos, weil die dann immer schneller rausgehauen wurden. Immer weniger Arbeit an einzelnen Videos gemacht wurde und man muss ganz einfach sagen, in Fortnite ist zurzeit weniger Content. Und das ist nun mal der Hauptbestandteil von meinem Kanal, dass ich halt Fortnite News bringe. Gerade was Updates angeht, gibt es im Prinzip nichts mehr. Also wir hatten diese Season jetzt ein Update, wo was Vernünftiges reingekommen ist. Das war jetzt das Letzte. Aber dafür kann man nicht mehr ein richtiges Video machen und deshalb ist das Ganze etwas schwieriger. Da fehlt halt einfach ein bisschen der Content von Fortnite, der halt vorher da gewesen ist. Dadurch muss es mit anderen Videos gefüllt werden, mit denen ich halt selber nicht ganz zufrieden war. Wahrscheinlich waren andere Leute zufrieden, aber am Ende geht es darum, dass ich auch zufrieden damit bin. Und ich bin ein relativ perfektionistischer Mensch und deshalb geht das halt einfach nicht so wirklich klar. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich erstmal eine Pause mache. Ab einem gewissen Punkt war es dann auch einfach so, dass ich weniger Lust auf Fortnite gehabt hatte und es auch selber weniger gezockt hatte. Irgendwann war doch meine Tastatur nur noch kaputt. Dann konnte ich im Prinzip nicht mal streamen, weil ohne eine vernünftige Tastatur kann man halt nicht zocken. Und ich musste erst auf den Geburtstag und so warten. Und deshalb gab es dann auch auf meinem Twitch-Kanal eine Pause. Und das hat dann halt etwas länger gedauert. Aber an dem Punkt bin ich jetzt, zwar finde ich, ist das eigentlich ganz nice, diese Plattform zu nutzen. Aber ich möchte sie eben halt auf jeden Fall anders nutzen, als ich sie vorher genutzt habe. Und zwar will ich nicht mehr diesen durchgängigen Content machen, also nicht jeden Tag ein Video hochladen, sondern das Ganze etwas reduzieren und dafür etwas bessere Videos produzieren. Ich glaube, am Ende ist jede Seite davon happy. Ich habe nicht ganz viel Arbeit dafür. Und am Ende bin ich zufrieden mit den Videos. Ihr bekommt trotzdem hochqualitativere Videos. Und dafür habe ich jetzt erst mal geplant, dass es am 1.8. wahrscheinlich ein FNCS-Wortreview-Video geben wird. Denn am 30. oder so ist ja die Qualifikation 1 von FNCS, werden wir ein Wortreview machen. Danach, die Wochen, habe ich leider überhaupt keine Zeit. Wie gesagt, da ist der Umzug. Also die nächste Woche danach haben wir dann, wo wir alles einräumen. Die Woche danach ziehen wir halt um. Danach noch eine Woche auspacken. Also im Prinzip August ist eine Zeit, wo ich einfach wirklich keine Zeit habe. Und ja, so circa am 29.8. könnte es dann weitergehen. Vielleicht werde ich da auch schon schaffen, eine Roomtour zu machen. Kann auch sein, dass es eine Woche später wird. Aber so, ihr könnt euch darauf einstellen, dass so ab September dann der richtige Content sozusagen auf dem Kanal wieder hier beginnen wird. Und dann versuche ich so circa alle zwei Wochen ein neues Video zu machen. Damit meine ich ein acht Minuten oder längeres Video. Also ein richtig ausführliches Video dann. Und es wird aber zwischenzeitlich, damit es halt nicht ganz so selten Content gibt, auch so circa zweimal pro Woche so ein YouTube-Short geben, weil die halt einfach im Algorithmus extrem gut sind. Deshalb lohnt sich das halt einfach massiv. Aber es wird natürlich nicht irgendein billiger Content sein, sondern ich versuche natürlich auch genau die gleiche Qualität in YouTube-Shorts, wie in den acht Minuten-Videos zu haben. und so natürlich dann ein bisschen mehr Content auf den Kanal zu bringen, ohne dass ich so wirklich viel mehr Arbeit dafür habe. Außerdem könnte es sein, dass vielleicht auch schon das ein oder andere YouTube-Short jetzt in den nächsten Wochen kommt. Je nachdem, wie es eben halt passt. Ich plan, so in den YouTube-Shorts ein paar Highlights aus den Streams zu machen, Tournament-Ymos zum Beispiel, wenn da neue FNCS angekündigt wird oder jetzt sowas wie All-Star-Show dann. Dazu gibt es ja immer viele Informationen, die man wissen muss. Und sowas würde ich halt in die YouTube-Shorts reinpacken, weil man halt in der Regel nicht so lange dafür braucht, um sowas zu erklären. Und das wäre halt genauso ein Content-Argent-Grundens gut dazu passt. Außerdem auch generell kurze Tipps und Tricks, irgendetwas, wie man zum Beispiel im PC etwas tut, das an der FPS hat. Sowas in die Richtung würde ich da machen. Wenn ihr da natürlich weitere Ideen habt, Vorschläge habt, was ihr euch da wünscht bei Tipps und Tricks, schreibt es natürlich gerne unten in die Kommentare. Ansonsten natürlich bei den 8-Minuten-Videos, da könnt ihr natürlich auch gerne Vorschläge reinschreiben. Bisher sind im Prinzip nur diese Wort-Reviews geplant. Also sowas wie zum Beispiel beim 1.8. von FNCS. Sowas würde ich ganz gerne machen. Außerdem Stream-Highlights aus den letzten 1-3 Monaten plane ich. Vielleicht auch noch ein paar weitere Videos. Natürlich sowas wie ein Setup-Video, das wird auch noch kommen. Wie gesagt, wenn ihr weitere Vorschläge habt, schreibt es natürlich unten gerne rein. Da habe ich selber noch gar nicht so viel jetzt gefunden, was ich wirklich machen will. Und das ist eigentlich so, wie es dann in Zukunft weitergehen wird. Mal schauen, ob ich das alles durchziehe. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich versuche es. Und es wird halt jetzt nicht dieser Constant 2-Wochen-Upload sein, sondern kann auch sein, dass eine Woche dann mal, oder dass dann 3 Wochen lang mal kein Video kommt. Also kein 8-Minuten-Video. Oder dass dann halt mal 2 Wochen hintereinander 8 Minuten ein Video kommt. Das kann alles sein. Ich will mich da nicht ganz so extrem festlegen, wie ich es vorher mal gemacht habe, dass ich halt Daily-Uploads gemacht habe. Sondern das halt auch so ein bisschen daran anpassen, zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin. Dass ich da einfach wirklich den Urlaub auch als Urlaub genießen kann. Gerade wenn wir jetzt halt den ersten Urlaub mal wieder seit 2 Jahren machen, wäre das auf jeden Fall ganz nice. Und dann möchte ich halt jetzt nicht den Stress vorher noch haben, um jetzt unendlich viel dafür vorzuproduzieren. Aber ich versuche auf jeden Fall eine gewisse Kontinuität dabei beizubehalten. Also nicht zu unregelmäßig hochzuladen. Das versuche ich auf jeden Fall. Wie gesagt, weitere Vorschläge werden natürlich auch gerne in den Kommentaren unten angenommen. Denn das bestimmt natürlich auch, wie viel Content ich überhaupt machen kann. Weil ich mir jetzt nicht irgendein Thema aus den Fingern ziehen will, wozu es so oder so schon unendlich Videos gibt. Und das war natürlich auch ein großer Punkt. Viele Videos, die ich gemacht hatte, gab es auch schon auf anderen Kanälen. Und ich möchte halt eher was Eigenes machen, was es sonst noch nicht so gibt. Einfach etwas besondere Videos machen. Und sich da halt nicht ganz so doppeln. Also dafür muss halt auch ein gewisser Content überhaupt erst gegeben sein. Gewisse Videovorschläge müssen da sein. Damit ich das auch alles machen kann. Genug Content finde, damit ich halt daraus auch Videos machen kann. Ansonsten war es aber auf jeden Fall soweit mit den ganzen Informationen, wie es ja weitergehen wird. Auf jeden Fall freue ich mich schon darauf. Ich hoffe, ihr supportet mich natürlich weiterhin. Wie gesagt, Algorithmus wird jetzt nicht ganz zu gönnen. Das ist natürlich immer das Schlimmste, wenn man wieder anfängt. Man sieht erstmal so überall nur rote Zahlen im YouTube-Dashboard. Das ist das Schlimmste. Immer wenn man ein Video öffnet, hat man immer diese Reihenfolge. Reihenfolge, wie hat das Video performt im Vergleich zu den letzten 10 Videos. Und dann kann es natürlich sein, dass so ein Video nach so einer langen Zeit natürlich da direkt als 10. ist. Ansonsten schaut natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort wird es vor allen Dingen jetzt noch bis zum Umzug deutlich mehr Content geben, weil ich einfach für den Stream natürlich mehr Zeit habe, als so für ein ganzes Video machen. Schaut da also gerne vorbei. Ansonsten werden da natürlich auch die ganzen Cups zocken. Und der Link ist natürlich dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Creator-Code Delcraft im Itemshop einträgt. Wir sind tatsächlich 2% vor Auszahlung, also sehr, sehr close davor. Würde mich da auf jeden Fall über jeden einzelnen Supporter freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.